So, dann wollen wir ja mal weitermachen, in die Gruft einbeziehen, mit den ganzen Trinity-Pappenheimer. Und es wird immer dunkler. Und dunkler. Und dunkler. Hier waren wir stehen geblieben. Ja, das wird ja was. Bloß nichts anfassen. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chel ist links, Chuck-Chel ist rechts. Da gucken wir mal kurz ins Buch. Hat der hier, hat sie hier kein Buch? Was ist das für ein Scheiße? So, 50%. Ist hier irgendwas? Drei Punkte und ein Strich. Das haben wir ja gerätselt. Warte mal. Ich muss die Türen öffnen, um mehr Symbole zu finden. Na, wie denn? So, das ist ein Schlang. Das sehe ich jetzt erst. Was für ein Scheiß. Okay. Dann gehe ich jetzt nicht weiter. Ach was. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Die Kurbeln drehen die Säulen. Damit kann ich die Symbole ausrichten. Was ist passiert? Ach so. Ich glaube, so muss ich es ausrichten. War ja klar. War ja klar. Das ist dieses Symbol. Das rechte Symbol. Eins oben, drei Punkte oben. So, ich muss erst mal hier. Aber die Türchen mal auf, wa? Ja. So, ich muss erst mal hier. So, drei. Warte mal. Das ist hier offen. Drücke ich hier nochmal da. So, und hier oben drei, eins und unten nichts. Gibt es hier überhaupt nichts? Probier jetzt sollte es gehen. Ey, das ging nochmal schnell, das Rätsel. Das Rätsel ist Lösung. Noch eine Tür? Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein. Oh, scheiße. Jetzt haben wir hier vier. Hier nochmal Münze. Ist es da unten? Da muss ich nochmal hin. Ist genau zu sehen. Hier ist noch nichts. 4, 1, 3, nichts. Ah! Warte mal. Warum ist da nichts? Nicht jetzt. Hä? Einfach mal gedreht. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Hä? In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Ich hatte es fast. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine Null. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine Null. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine Null. Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine Null sein. Ist das hier eine Null? Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit zwei Punkten darüber. Sieben, oder? Danke. Zack. Haben wir es doch. Haben wir nur Glück gehabt. Das war's. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguar-Maul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts. Aber ich weiß, wo das Jaguar-Maul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich geh zurück. Das ist der Weg zur verborgenen Stadt. Wie es scheint, werden hier verschiedene Prüfungen beschrieben. Der Zugang erfolgt durch das Maul eines Jaguars. Dann sind da noch eine Spinne und ein Vogel, der zu einem Tempel aufsteigt. Der wiederum zu einer Schlange mit einem silbernen Auge führt. Gut. Das hier wird dir gefallen. Lass mich erstmal rauskommen, ja. Ja, danke. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Ist es vielleicht bayerisch? Kann es bayerisch sein? Verstehe ich auch nicht. Fass nicht an, Alter. Fass es nicht an. Nein! Das ist unser Tod. Hallen des Adlers. Benutzen Sie ein Seilfeil von Aston aus, um Feinde zu töten oder... und aufzuknüpfen. Alter, das ist heftig. Einfach runterspringen? Ist da Wasser? Ja, da ist Wasser. Piranhas. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na hinne. Und wieder runter. Ach scheiße. Ich denke immer nicht dran. Was soll das? Was soll das? Oh, warum kommen die mal alle an? Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Na, ich guck nochmal hier. Stopp. Gibt es hier nichts über Piranhas? Ist doch Scheiße. Alter, jetzt sind die da auch schon. Diese verdammten Scheißfische. Versauen mir alles. Oh mein, eyy. Okay. Der wäre ja schonmal hier. Geht's runter? Hier gibt's nichts weiteres. Links. Das ist ja auch schon ein Alleinrätsel. Oh, verdammt. Hoffentlich hat er's gespeichert. Die Kuh. Hier verstecken bestimmt. Ha. Oh, scheiße. Ich brauch Luft. Da ist Luft. Lara hält durch. Oh, zum Glück. Ja. 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 Oh, ich kann auch so schneller schwimmen. Ach du Scheiße. Komm schon, komm schon. Komm mal her hier. Alter, das ist ja voll brutal. Doch. Wovor haben die so viel Angst? Oh Mann. Was ist denn das für ein Kalibale? Was war das? Wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt. Dann lasst mich bloß in Ruhe. Geht von mir ran. Ganz ruhig. Alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... ...Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schweine. Das ist vorbei. Du bist sicher. Sie sind überall. Alles okay jetzt? Ich sehe sie noch immer. Wenn die Dinger halb so schlimm sind, wie er sagt! Alter, das war knapp. Sie sind überall. Ich kann das einfach nicht! Geil! Hört sich an wie mein Magen, wenn ich Hunger habe. Ich habe selber Angst, ey. Sie sind überall. Es ist vorbei. Du bist sicher. Du bist sicher, wenn du keinen Vater sp Brett Moss hat. Sie sind überall. Alles好z?' Das ist sicher, dass du Friseinerгрade und du Peckst. Was ist das? 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 Ich muss rausfinden, was hier los ist. Haltet die Augen offen. Was ist das? 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 Ich hoffe, das ist das? Ich hoffe, das ist das? Was 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 ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, der erste liegt schon mal da. Wir gehören nicht hierher. Es ist vorbei. Du bist sicher. Scheiße. Jetzt vielleicht zu den Waffen. Oh, verdammt, ey. Ich krieg's nicht hin.